Die Friedensbewegung Schwerter zu Flugschaden gilt als größte Oppositionsbewegung der DDR vor der Friedlichen Revolution und zugleich als wichtige Etappe auf dem Weg dorthin. Vor 40 Jahren am 24. September 1983 versammelten sich im Lutherhof in Wittenberg gegen 21.30 Uhr über 600 Menschen. Der Friedenskreis um Pfarrer Friedrich Schorlemmer hatte die Aktion vorbereitet. Zu Beginn wird ein Schwert festig in den Hof getragen, begleitet von Gebeten und Gesängen. Die Schmiedeliturgie setzt sich fort, während der Wittenberger Kunstschmied Stephan Nau das Schwert in heißer Kohle zum Glühen bringt und es in anderthalb Stunden auf dem Ambus umschmiedet. Eine Forderung aus dem Alten Testament, Schwerter zu Flugscharen zu verwandeln, also aus einem Kriegsgerät ein Gerät für den Erhalt des Lebens zu machen. Anlässlich dieses Jahrestages laden die Veranstalter zu einem Friedensfest am 21. September, dem Internationalen Tag des Friedens, ab 17 Uhr auf den Lutherhof in Wittenberg ein. Am historischen Ort wird der Aktion von damals gedacht. Genauso geht es um die Frage, wie bürgerliches Engagement für den Frieden heute gelingen kann. Das Fest versteht sich als Zeichen für einen Frieden, der internationales Recht und solidarische Gerechtigkeit gegen das vermeintliche Recht des Stärkeren stellt. Neben Dr. Rainer Haseloff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, nehmen zahlreiche Wittenberger Zeitzeugen, Schulen, Kirchengemeinden und Vereine teil. Das Fest beginnt um 17 Uhr mit dem traditionellen Stadtgebet, das durch die evangelische Gesamtschule Philipp Melanchthon unter Leitung von Pfarrer Johannes Schimming vorbereitet und aus diesem Anlass vom Markt auf den Lutherhof umziehen wird. Unter dem Motto, wir sind alle für den Frieden, gibt es ein Podiumsgespräch. Das ausführliche Programme finden Sie unter www.luthermuseen.de oder www.ev.akademie-wittenberg.de.